Hallo, mein Name ist Michael Wegner und ich bin Inhaber der Firma Wehmer Dachtechnik in Lünen. Sollten Sie Probleme mit Ihren Dachflächen haben oder Undichtigkeiten haben, sind wir genau der richtige Ansprechpartner. Wir, das heißt ich und mein Bedachungsteam sind jederzeit und fast 24 Stunden rund um die Uhr für Sie da. Die breite Leistungspalette des Lüner Dachdeckermeisterbetriebs umfasst natürlich auch sämtliche Dacheindeckungen für Neu- und Altbauten. Mit seinem Arbeitskran kann Michael Wegner problemlos luftige Höhen von bis zu 30 Metern erreichen. Passend zur Dacheindeckung bietet Wehmer auch die richtige Beratung in Sachen Wärmedämmung, die auch fachgerecht verbaut wird. Flache Dachkonstruktionen haben spezielle Anforderungen, wenn es um absolute Dichtigkeit geht. Auch hier ist Wehmer Dachtechnik der richtige Ansprechpartner. Abdichtungen und dauerhafte Sanierungen von Balkonen und Terrassen sind kein Problem für das Team von Michael Wegner, das stets auf dem aktuellsten Stand der Technik ist. Moderne Dachrinnenmontage mit den Materialien Zink oder Kupfer sind für Wehmer ein Kinderspiel. Durch den Einsatz von Kran und Hubbühne können die Handwerker oft auf ein Gerüst verzichten. Das spart Kosten auch für Sie als Kunden. Michael Wegner verleiht Kran und auch Hubbühne. Somit können Sie oder Fremdfirmen verschiedenste Arbeiten am Haus in luftiger Höhe sicher und bequem ausführen. Lassen Sie sich auch hier von Michael Wegner beraten. Informieren auch Sie sich einmal über unser großes Leistungsspektrum. Vielleicht sehen wir uns dann irgendwann mal auch auf Ihrem Dach wieder.